So, herzlich Willkommen zurück. Wir gehen gleich weiter in die Action. So, ah, jetzt haben wir hier nur noch 3 Nebenaufgaben. Ja, die letzten 2 Folgen haben wir ja Aufgaben gemacht, Nebenaufgaben. Der Gefallen. Outfrit, äh, Fritt. Outfrit vor allen Dingen. Fritt, wow, ist ein Cow. Ähm, Outfit. Lebensfrohe Chondie. So. Machen wir mal. Eigentlich waren wir gerade auf dem Schiff, aber okay. Macht ja nichts. Wir sind übrigens Shira, falls einige das noch nicht erkannt haben. Shira, Shira. So. So. Dieses Outfit steht dir in deinem Gateway Kleiderschrank zur Verfügung. Das war alles? Oh, krass ey. Einfach nur ein bisschen plaudern mit ihr. So. 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 Hair 유�迎求. So. 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 Sorry, ich muss mal kurz ne Waffe auswählen. Was haben wir denn hier? Komm, wir nehmen einfach mal das Minecraft-Gewehr. Das sieht doch lustig aus. Ich hab das Minecraft-Gewehr hier. Ey, das ist ein Scharfschützengewehr. Das ist ja was. Gut, wenn man da so mit rumdingsen muss, dann nehmen wir halt meinen Gitarrenkoffer. So. Spiele ich den Feinen gleich was vor auf der Gitarre? Moment. Shira, Shira. Sorry, war das Auto neu? Tut mir leid. Nicht. Ich bin böse. Schmerz版in des St comumers. Das ist die Entsteckung. Unsere Träne. Und es muss sagen. Ja, Tiefen. Ich bin böse. Das ist die Entsteckung. Ich bin böse. Sie sind böse. Sie sind böse. Er ist böse. Wir sind böse. Sie sind böse. Sie sind böse. Jetzt schießen wieder Leute auf mich und ich seh keinen. Ja, genau, überfahre meinen Feind. Oh, verdammt. Ja? Feinde? 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 Ich hole alles vom Himmel. Zack! Und Bodyslam! Ah ne, das war ja was anderes. Warte mal bei, call me a biscuit. Ah, jetzt habe ich wieder eine normale Waffe. Moment, ich muss die Waffe mal eben wechseln. Ich habe keine Munition mehr dafür. Faszinierend. Ich habe keine Munition mehr für die Waffe. 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 Weg damit! Okay, weiter geht's! Das ging ja schon mal ganz gut. So! So, ganz genau. Gehe hier zum Ziel. Aber ich mache einen großen Bogen um die rote Kuppel, dass die mich nachher anschießen oder so. Klaue das Fahrzeug. Aua! Sag mal, euer Ernst? Sag mal! Was ist denn das hier für ein Punching-Ball hier? Mach doch Platz, Junge! So ungewohnt, ne? Ja, schick mich so schön an die rote Kuppel vorbei, wo die ganzen Feinde sind. Das ist voll gut! Warum rennen die alle vor im Auto? Oh no! Langsam! Warum rennen die mir alle vor das Auto? Ich frage mich jetzt! Sehr schön. Virus eingesammelt Ziel erreicht, freigeschaltet Fahrzeuggittermodell Assad Trifft ihr mit, schauen die auf dem Dings Auf dem Dings Zou Stammfelement schrumpfen Lass deine Gegner buchstäblich vor Angst schrumpfen Sehr schön Ja, kennen wir ja schon, wie das funktioniert Zurück in die Simulation Was ich mich halt frage, wenn man da die ganze Zeit in diesem Ding da drin hängt Da drin sitzt oder steht, liegt, wie auch immer man das benennen möchte Muss man da nicht mal auf Klo oder mal was essen? Das verstehe ich nicht so ganz Das ist halt so mein Gedanke Man muss auch mal was essen und mal auf Klo Hm So Sehr schön Oh, nur noch zwei Nebenaufgaben Das ist ja schön Es schrumpft langsam Wird auch gut Das wird auch langsam gut So Einmal Geld abholen Genau Dann haben wir hier Kräfte Telekinese Upgrades Telekinese Mehr Kraft Sehr schön Stampfer 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 aufladen Legt schneller auf Können wir uns das holen? Ja Stampfer legt nun sehr schnell auf Das hört sich doch gut an Stampfer-Element schrumpfen Haben wir freigeschaltet Sehr schön Haben wir hier noch irgendwie was? Ne Den haben wir voll aufgewertet Oder wie man das nennt Super Sprint Ja, wir können bald über Wasser laufen Wie ihr hier sehen könnt Sprint über Wasser laufen Aber da brauchen wir Da müssen wir noch Ein bisschen warten Bis wir das machen können Genau Und Super Sprung Können wir hier noch irgendwas machen? Ich glaube wir haben hier alles Ich gucke nochmal kurz Ne, wir haben hier glaube ich alles Genau Bei den normalen Upgrades Da hatten wir doch Sachen noch gehabt Gesundheit Hier unten Gesundheit Upgrade 4 Verdoppelung der Gesundheit Des Spielers Also meine Gesundheit wird nochmal erhöht Sehr schön Jetzt haben wir alles an Gesundheit Ne Das haben wir Hammer, 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 Hammer Hammer Das haben wir alles Das ist Hammer So Schaden Da müssen wir erst freischalten Das können wir uns auch holen Mehr Spezialmunition Sehr schön Du kannst 75% mehr Spezialmunition tragen Das freut mich Was haben wir jetzt hier noch Lalalala So Fahrzeuge Haben wir auch fast alle Boni Das können wir uns nicht mehr holen Das ist so teuer Das ist auch zu teuer Gut So Was tun Sprach Zeus Wir machen Denke ich mal in der nächsten Folge weiter Genau Mit Matt Miller hier Der hat auch noch eine Aufgabe für uns Und das machen wir am besten in der nächsten Folge Ist ja nicht schlimm Wenn die jetzt nur 17 oder 18 Minuten ist Die Folge Genau Ich hoffe euch gefällt jetzt das Let's Play soweit Ich mecke an Mosa ja jetzt nicht mehr Vielleicht hin und wieder kommt das mal vor Aber ich versuche drauf zu achten Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend Oder Tag Je nachdem wann ihr das Video guckt Bis zum nächsten Mal Eure Taufina